Das war das Beste, was wir dieses Jahr gemacht haben. Es war wirklich unglaublich! Also der erste Tag am Donnerstag, Ausstellerevent, man konnte unglaublich gut netzwerken. Ich hätte nicht gedacht, was ich hier für Kontakte treffen kann, wen ich hier kennenlernen kann. Und vor allen Dingen ist es eine andere Art von Kennenlernen. Man trifft sich auf einer anderen Ebene. Es ist einfach wundervoll, die Menschen dahinter auch kennenzulernen und mit ihnen eine Verbindung aufzubauen. Deswegen sage ich wirklich jedem, der sich das überlegt, probiere es aus, komm zur EXPRO LINGUA, mach es einfach und du wirst es nicht bereuen. Wir consideren diese Exhibition eine der meisten interessanten für die Sprache, für die Lehrer, für die Studenten in der Welt. Es ist wirklich ein sehr guter Beschlusspunkt. Ich denke, Sie können mit allem, was Sie mögen, um die Sprache zu treffen. Wir sind immer glücklich, als Exhibitors zu sein. Ich empfehle mich auch andere Exhibitors, die Menschen, die willkommen kommen. Die Atmosphäre hier ist sehr schön und schön und willkommen. Und auch die Erfahrung. Wir haben viele Familien, die Studenten und die Menschen von verschiedenen Karrieren und Nachrichten. Ich bin sehr froh, dass ich hier die Möglichkeit bekommen habe, auch einen Vortrag zu halten, auch komplett vollen Raum zu präsentieren und meine Ideen zu teilen. Das Ganze hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die Interaktion mit den zukünftigen Kunden, mit dem Publikum war großartig. Alles sehr, sehr freundliche und offene und interessierte Menschen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben einen tollen Moment gehabt. Wir haben viele andere Exhibitorien, viele viele Potenzial-Klienten und haben viel Netzwerke gemacht. Wir haben wirklich uns sehr gefühlt und wir würden es als ein Fair empfehlen. Die ExpoLingua dieses Jahr war wieder sehr erfolgreich. Wir sind das zweite Mal diesmal hier. Wir haben sehr viele Gespräche gehabt mit Lehrern, sehr tolles Feedback bekommen, auch was wir in Zukunft anders machen können, wie wir uns erweitern können. Das war sehr interessant für uns. Es war mein erstes Fair und es war eine unglaubliche Erfahrung, die Menschen face-to-face zu sehen und wie sie uns interessiert sind in unseren Programmen. Hallo, ich bin Lisa. Ich arbeite für den Übersetzungsdienst der Europäischen Kommission und wir hatten eine sehr erfolgreiche ExpoLingua. Die ExpoLingua war für uns sehr intensiv. Wir hatten viele schöne Gespräche. Wir hatten einen tollen Zeit, mit Leuten zu sprechen und lernen sehr viel über den Markt hier in Deutschland. Wir haben uns über die ungewöhnlichen Sprachen über die wirklich internationalen Zuschauer hier bei ExpoLingua geschaut. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Es ist gut besucht, gute Stimmung und eine schöne Umgebung. Das war's.